Diese Woche ist wirklich extrem viel passiert in der KI-Welt. Aber keine Angst, wir haben alles Wichtige für dich in diesem Video zusammengefasst. Viel Spaß dabei! Open AI Sora Die Nachricht der Woche kommt auf jeden Fall mal wieder von Open AI. Das JetGPT-Unternehmen hat ihr neuestes KI-Tool mit dem Namen Sora vorgestellt und damit mal wieder alles sprachlos gemacht. Es handelt sich dabei um ein Text-to-Video-Tool. Das bedeutet, aus einfachen Text-Promps werden Videos erzeugt, die bei Sora bis zu 60 Sekunden lang sind. Und nicht nur das, die Videos sehen unfassbar realistisch aus. In einigen werden sogar Kameraeinstellungen und Perspektiven geändert und trotzdem wird ein einheitlicher, realistischer Look beibehalten. Wir haben schon ein eigenes Video mit noch mehr Beispielen auf unserem Kanal. Das haben wir dir natürlich in der Beschreibung verlinkt. Viele weitere Informationen findest du unter openai.com slash Sora. Google Gemini 1.5 Nach dem eher schleppend verlaufenden Start von Gemini Advanced mit dem Ultramodell in Deutschland, gibt es schon wieder Nachrichten von Google, die extrem beeindruckend klingen. Ein Update des Gemini Pro Modells auf die Version 1.5 soll bis zu eine Million Tokens verarbeiten können. In ersten Demo-Videos wird gezeigt, wie das Modell unter anderem innerhalb einer Minute einen 44-minütigen Stummfilm genau analysiert und Fragen dazu beantworten, sowie Aufgaben dazu lösen kann. Selbst ganze Bücher und Skripte scheinen problemlos verarbeitet zu werden. Es bleibt aber natürlich abzuwarten, wie gut oder schlecht das in der Praxis dann wirklich aussehen wird. Google hat ja in letzter Zeit in der Vergangenheit etwas weniger überzeugen können, was die KI angeht, oft viel versprochen und am Ende wenig geliefert. Wir bleiben aber auf jeden Fall für euch dran. Jet GPT Memory Jet GPT testet aktuell ein neues Feature mit dem Namen Memory. In dieser Funktion merkt sich der Chatbot Informationen aus den Unterhaltungen und wird noch besser und angepasster für uns. Durch das künstliche Gedächtnis kann man noch personalisiertere Antworten erhalten. Wenn die Funktion zur Verfügung steht, findet man sie unter Einstellung und Personalisierung in Jet GPT. Co-Pilot GPTs Kurzzeitig hatten wir diese Woche mit einem unserer Microsoft-Accounts Zugriff auf die Co-Pilot GPTs, die man sich in der KI zukünftig konfigurieren kann. Einen offiziellen Marktstart für diese Funktion gibt es aktuell aber noch gar nicht. Wir haben trotzdem unseren Ersteindruck in einem eigenen Video zusammengefasst, das ich dir in der Beschreibung verlinkt habe. Die Kurzfassung ist, dass es sich dabei um eine ganz ähnliche Funktion handelt wie bei den Custom GPTs von OpenAI. Man kann im Dialog einen GPT mit KI-Unterstützung entwerfen, diesem dann weitere Informationen wie PDF-Dateien geben und hat auch noch Zugriff auf DALI und Internet. An sich unterscheidet das Feature sich in dieser Form kaum von der Jet GPT-Variante. Aber wir sind gespannt, ob es hier vielleicht dann eine Office- oder OneDrive-Integration geben wird und halten euch da natürlich auch auf dem Laufenden. Nvidia RTX Chat Nvidia hat den sogenannten RTX Chat vorgestellt, der jetzt für PC-User mit einer RTX-Grafikkarte verfügbar ist. Man kann dann einfach ein Programm runterladen und dann entweder Lama oder Mixtral direkt auf der eigenen Grafikkarte ausführen und bekommt einen komplett kostenlosen Offline-Chatbot. Man kann dem Bot sogar den Zugriff auf eigene Dateien ermöglichen und somit diesen Arbeiten bzw. Fragen dazu stellen. Nvidia ist mehr wert als Amazon und Google. Die Nachricht mit dem RTX Chat ist nur ein Grund dafür, dass Nvidia außerdem sowohl den Google-Konzern, Alphabet, als auch Amazon in Bezug auf den Marktwert überholt hat. Das zeigt einmal mehr sehr deutlich, welches Potenzial und welche Möglichkeiten im KI-Markt schlummern. Und Nvidia als Grafikkarten- und Chip-Hersteller ist eben wirklich das Herzstück dieser Technologie. Suchmaschine von OpenAI Gerüchten zufolge arbeitet OpenAI an einem Konkurrenzprodukt zur Google-Suche. Dieser Schritt kommt wenig überraschend, wenn man bedenkt, dass immer noch viele Nutzer JetGPT als eine Art Google-Ersatz verwenden. Und auch mithilfe des Internetzugriffs und der Partnerschaft mit Microsoft ist dieser Schritt von einem technischen Standpunkt weder ein Hexenwerk noch in irgendeiner Weise unlogisch. Wir sind auf jeden Fall gespannt und können uns sehr gut vorstellen, dass es in diesem Jahr noch einige interessante Entwicklungen in dieser Richtung geben wird. Die Google-Aktie ist auf jeden Fall nach dem Bekanntwerden dieser Meldung erst einmal um 1,5% gefallen. Microsoft investiert in Deutschland. Microsoft hat angekündigt, in Deutschland 3,2 Milliarden Euro zu investieren und setzt damit voll auf KI. Zusätzlich sollen über eine Million Menschen geschult werden, um besser mit KI umgehen zu können. Hauptsächlich geht es bei diesem Investment auch darum, die Rechenleistung in den Cloud-Zentren in Frankfurt zu erhöhen. Aber auch in NRW sind weitere Kapazitäten geplant. Zusätzlich sollen alle Rechenzentren bis 2025 mit Hilfe von erneuerbaren Energien betrieben werden. Microsoft verspricht so der deutschen Wirtschaft einen direkten Zugang zu der benötigten Rechenleistung, die eine KI-gestützte Zukunft erfordert. Da aber mit der reinen Infrastruktur nicht alles getan ist, hat Microsoft außerdem in Kooperation mit verschiedensten Bildungsanbietern angekündigt, bis Ende 2025 mehr als 1,2 Millionen Menschen in Deutschland weiterbilden zu wollen. In den Bereichen Künstliche Intelligenz, Cyber Security und Green Digital Skills. Künstliche Intelligenz in Slack Die beliebteste Alternative zu Microsoft Teams. Slack erhält jetzt endlich auch KI-Unterstützung. Mithilfe des eingebauten Bots kann man zukünftig sämtliche Konversationen ganz einfach durchsuchen und zusammenfassen lassen. Das ist besonders hilfreich, da bei Programmen wie Slack oft Infos untergehen können und man auch mal schon den Überblick über die ganzen verschiedenen Chats verliert. Zwei kleinere News jetzt noch am Ende. Neue KI von Amazon. Amazon hat in den USA einer ausgewählten Gruppe von Kunden den neuen Chatbot mit dem Namen Rufus zur Verfügung gestellt. Der soll Sie dann beim Einkaufen auf der Website mit Rat und Tat unterstützen. Die KI hilft einem beispielsweise dabei, das passende Produkt zu finden, klärt einen auf, darüber worauf man in einer bestimmten Produktkategorie achten sollte und vieles mehr. Im Demo-Video wird der Bot beispielsweise gefragt, welche von zwei Kaffeemaschinen einfacher zu säubern ist und liefert darauf direkt eine Antwort. Alles in allem klingt das vielversprechend und ich bin gespannt, wann das Feature auch in Deutschland verfügbar ist. Ich würde das auf jeden Fall verwenden. Apple will bei KI aufholen. Apple CEO Tim Cook hat angekündigt, dass das Unternehmen im Laufe des Jahres eigene Entwicklungen im Bereich der generativen KI vorstellen wird. Starten wird das vermutlich bei der Entwicklerkonferenz im Frühsommer, wenn traditionell die neuen iOS-Versionen das erste Mal gezeigt werden. Das waren jetzt dann auch schon alle wichtigen Schlagzeilen für diese Woche. Links zu unserem Newsletter und den Quellen findest du wie immer in der Videobeschreibung. Mein Name ist Timothy Meixner und wir sehen uns beim nächsten Mal.